Oh nein! Sieht aus, als käme ich zu spät. Ich muss schnell auf die Spur kommen. Der Räuber konnte nicht weit kommen. Wo können sie sein? Oh, aber ich habe den Wecker abgestellt. Okay, ich muss hier raus. Wir müssen alle Straßen und den Flughafen sperren. Hey, halt! Ja! Niemand kommt an meinem Karate vorbei. Du, oh, das ist nicht das, was ich brauche. Und das ist noch viel besser. Riegeln wir den Tatort ab. Du wirst nicht weglaufen. Wieder ein Fall gelöst. Was? Ups. Hallo. Ja. Wer bist du? Lass uns hier abbauen. Komm schon. Nie mehr den Safe zum Lüften auflassen. Oh, noch ein Gast? Ich kümmere mich darum. Keine Bewegung, die True-Polizei ist da. Du hast dir einen schlechten Tag für den Überfall ausgesucht. Du wirst im Gefängnis Zeit haben, über dein Verhalten nachzudenken. Sieh an, sieh an, sieh an. Sieht so aus, als ob alles klar ist. Thing, bist du bereit? Dann lass uns an die Arbeit gehen. Was war der Plan? Oh, ich erinnere mich. Wow. Die True-Bank ist jetzt die teuerste Bank der Welt. Ich suche dich in einer schlafenden Wächterkolonne. Okay, jetzt checken wir das Signal. Toll, der Weg ist frei, Wednesday. Alles läuft nach Plan. Gut gemacht, Thing. Mal sehen, welchen Preis wir bekommen haben. Du dachtest, ich kenne den Trick nicht? Verschwinde, verschwinde, bevor ich die Polizei rufe. Gute Arbeit. Hör auf mit dem Gequatsche. Bring deinen Freund hier raus. Komm, Wednesday, dann schläfst du zu Hause. Los, Loser. Und ich füge ein neues Passwort hinzu. Ich liebe Troom-Trick. Sie können jetzt versuchen, die Türen aufzubrechen. Forderst du mich heraus? Herausforderung angenommen. Lass es uns versuchen. Du denkst, du bist die Klügste? Okay. Und wenn wir es versuchen? Ein letzter Versuch. Hey, Leute. Schreib in die Kommentare, welches Passwort den Safe öffnet. Oh, sie kommt. Hab ich da gerade ein Geräusch gehört? Hey, was ist das? Ich kann nicht sagen, ob es eine Puppe oder ein echtes Mädchen ist. Patschi. Gesundheit. Das Spiel ist vorbei. Das ist der Fall für den schnellsten Helden. Voll. Oh, meine Manieren sind so schlecht. Jetzt. Volle Kraft voraus. Wenn ich schnell genug bin, komme ich rein. Meine Schätze ab in die Tasche. Das ist für Mama und das ist für Amy Rose. Toll. Stehen bleiben. Du, was? Er ist entkommen? Ich kann ihn nicht entkommen lassen. Puh. Fast hätte sie mich erwischt. Du rufst dich auf dem Polizeirevier aus, Blaumann. Oder willst du sagen, du hast die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gesehen? Hier sind deine 500 Dollar Strafe. Wenn du nicht bezahlst, bekommst du Ärger. Aber ich habe doch gar keine Taschen. Willst du in der Tasche nachsehen? Ich habe das Gefühl, dass da etwas sein sollte. Na gut, nimm es. Raus hier und ich will dich nie wieder sehen, verstanden? Ich bin so cool. Keine Bewegung. Das ist ein Raubüberfall. Ich wollte nirgendwo hingehen. Du hast mich nicht erwischt. Ich werde jetzt deine Bank ausrauben. Du bist vorbereitet. Okay, lustiges Gesicht. Los. Ich bin Pikachu. Okay, okay. Ich will keinen Ärger. Geh einfach. Hey, warum geht sie nicht auf? Deshalb hat sie mich hierher gelassen. Sesam, öffne dich. Was für eine Generation. Öffne es. Was erhofft sie sich überhaupt? Gib mir den Schlüssel. Ich kann nicht. Dann bekommst du die schlimmsten Folterungen überhaupt. Es kitzelt. Hör auf damit. Jetzt bin ich dran. Das ist dein Cousin. Oh nein. Lass mich dich kitzeln. Ich brauche einen Urlaub. Worauf haben sie überhaupt gehofft? Wir brauchen das Feuer hier. Was machst du da? Okay, ein Hainer. Oh, warte. Ich liebe heiße Marshmallows. Wow. Hat sie einen Benzintank da drin? Kein Chili mehr. Und ich brauche nur eine kleine Abkühlung. Oh, das ist so lecker. Jetzt lass uns die richtige Stimmung erzeugen. Willst du uns? Danke. Das reicht. Jetzt kann ich es selbst erledigen. Es ist ein Ort des Friedens und des Komforts. Es ist jetzt so viel schöner, oder? Das ist die Mühe nicht wert. Kannst du nicht lesen? Die Tür ist feuerfest. Ups. Raus, bevor ich die Feuerwehr rufe. Wow. Das ist schnell. Ich behalte es als Andenken. Ich glaube, dieses Mal wird es klappen. Es ist verdächtig ruhig. Aber wir sind bereit. Staffelstab, richtig? Oh, ist das eine Apotheke? Ma'am, Sie sind an der falschen Tür. Kann ich etwas Vitamin C haben? Sie scheint ein bisschen verrückt zu sein. Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh nein. Was soll ich tun? Sieht aus, als wäre sie ohnmächtig geworden. Keine Panik. Denk an die erste Hilfe-Kurse. Sie ist weg. Sie ist so dumm. Wie konnte sie nur darauf reinfallen? Mein Plan ist einfach toll. Aber lass uns nicht vergessen, warum ich gekommen bin. Aufmachen. Jetzt kommt mir keiner mehr in die Quere. Ich muss mich beeilen. 99. Oh, sieht aus, als wäre sie wieder da. Ich habe ihnen Wasser gebracht, Ma'am. Plan B. Wo ist sie hin? Suchst du... Suchen sie nicht? Puh. Das ist so unhöflich. Tut mir leid, Ma'am. Das ist mir so peinlich. Was? Oh nein. Ich stecke in Schwierigkeiten. Hey Lady, wo wollen sie hin? Können sie das erklären? Oh, ich bin spät dran. Autsch. Auf Wiedersehen. Was ist los mit diesen Leuten? Zeit, die Krallen zu zeigen. Miau. Lass uns zur Sache kommen. Sieht aus, als könnte ich nicht auf meine Schweizer Klaue verzichten. Eine Feder? Nein. Ein Klipp? Wer braucht den schon? Und das hier ist perfekt. Okay, Schätze. Geh zu Mami. Habe ich dich. Dachtest du, du würdest von mir weglaufen? Das will ich dich auch fragen. Was ist los, Kätzchen? Wie kann ich nur wütend auf dich sein? Steh auf. Keine Tiere erlaubt. Ich glaube, ich habe eine kleine Pause verdient. Wie weit ist es noch bis zum dritten Loch? Oh, in den Pokéball sofort. Kätz zielt und trifft. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ah. Du, sieht aus, als hätte ich sogar Glück. Wie kommst du denn hierher? Hey, wach auf. Okay. Das Putzen ist erledigt. Es ist Essenszeit. Endlich. Auf diesen Moment habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Hm. Da fehlt etwas. Ganz genau. Die Knoblauchsoße wird perfekt sein. Oh, aber... Was? Alarm. Es ist ein Raubüberfall. Ist sie kaputt? Ich habe einen Klicken gehört. Komm schon. Aufmachen. Ich befehle es dir. Hey, kann ich dir helfen? Wenn du mir nicht die Tür öffnest, werde ich dein ganzes Blut trinken. Wenn du so hungrig bist, kann ich dir ein Sandwich anbieten. Oh nein. Das ist ja eklig. Tu es weg. Hör ab damit. Ich kann nicht atmen. Ich halte es nicht mehr aus. Dann werde ich mehr erholen. Okay, lass uns das zu den anderen Beweisen legen. Hast du mich vermisst? Wie kann ich die Tee-Partys mit meinen Mädchen verpassen? Stacy, grüner Tee mit Bergamot. Toll. Das dauert ein paar Stunden. Keine Zeit zu verlieren. Noch eine Tasse? Halte durch, Stacy. Ich bin gleich wieder da. Klopp, klopp. Ist jemand zu Hause? Keiner? Dann komme ich. Das sollte in meiner Sammlung sein. Oh. Und das auch. Ich ziehe endlich von einem Puppenhaus in ein normales Haus. Oh nein. Wie ist das passiert? Es ist zu schwer. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht erinnern, sie offengelassen zu haben. Komm mit erhobenen Händen raus. Sie ist so nah dran. Ich habe keine andere Wahl. Keiner bewegt sich. Barbie, was machst du hier? Alle warten bei der Tee-Party auf dich. Lass uns gehen. Stell dir vor, Stacy und Susi haben Freunde. Hast du etwas Tee zu verschütten? Die Mädchen warten auf Neuigkeiten. Setz dich, wer will noch Tee? Ich liebe es, wenn wir zusammen abhängen. Sieht aus, als wäre ich fast da. Es muss hier sein. Endlich haben wir uns getroffen. Was haben wir denn da? Wow. Das wird mein Nachtisch. Lecker. Und jetzt das Huhn. Hey, nicht gucken. Der Alarm ist losgegangen. Da ist jemand drin. Ich muss mich beeilen. Okay. Was ist denn hier los? Was? Ich bin schon weg. Oh, das ist so schwer. Ich hätte nicht so viel essen sollen. Das wollen wir uns mal ansehen. Aha. Genau wie ich dachte. Wie bekomme ich jetzt alles zurück? Verbiegen, öffnen oder kaputt machen? Ich habe eine bessere Idee. Das gefällt mir nicht. Halt. Du kannst nicht von mir wegkriechen. Zeig mir, was du in dir hast. Verhalte es nicht für dich. Du wirst dich besser fühlen. Ich glaube, ich habe es verdient. Schokolade ist mein Favorit. Hallo, ich bin wieder da. Oh, Ma'am. Ich freue mich, dich zu sehen. Oh, ich auch. Was ist mit meinem Geld los? Alles ist großartig. Ich zeige es dir. Sicher und gesund. Schön. Ist das nicht aufgenommen? Oh nein. Unsere Kameras zeigen Echtzeit. Sehr interessant. Und während sie abgelenkt ist, kann ich mich um die Schlüssel kümmern. Erzähl mir mehr über die Kamera. Mit Vergnügen. Deine Geschichten sagen mir, dass du Schlauftabletten liebst. In 4K kannst du dir das vorstellen? Ich habe sie selbst installiert. Es ist noch besser, als ich dachte. Wow. Das ist wirklich stark. Hut ab, Officer. Das hast du ganz toll gemacht. Ja. Und jetzt nehme ich mir, was mir gehört. Das ist einfacher, als einem Kind die Süßigkeiten wegzunehmen. Und Papa hat nicht geglaubt, dass ich Geld verdienen kann. Was? Bin ich eingeschlafen? Warte. Was ist mit dem Safe? Okay. Ich muss mir alle Aufzeichnungen ansehen. Oh nein. Wir wurden ausgeraubt. Hey, was ist hier los? Ich brauche eine Entschädigung. Tut mir leid, Ma'am. Lösen Sie den Vertrag. Entschuldigungen sind nicht genug. Was? Diese Maske habe ich schon mal gesehen. Und es ist sicher nicht eine Skimaske. Ich verlange 2 Millionen Dollar. Es war also alles geplant. Warum ist mir das nicht eingefallen? Ich brauche Verstärkung sofort. Na, was sagst du jetzt? Wo ist mein Geld? Pam, versuchen Sie sich zu beruhigen. Keine Bewegung. Sie sind verhaftet wegen Betrugs und versuchter Erpressung. Können Sie nicht vorsichtiger sein? Sie haben das Recht zu schweigen. Gehen Sie. Ihr werdet euch also nur eine Gefängniszelle teilen. Gewinn dich daran, du sitzt hier fest. Oh nein, ich hasse es. Das ist alles nur wegen Wednesday. Wen willst du erschrecken? Hm? Ich muss hier raus. Thing. Bring mir das, was auf Ihrem Schreibtisch liegt. Verstanden? Ach, Trim-Trick. Genieße deinen Aufenthalt. Wie bitte? Karen, ich habe es mitgebracht. Sieh mal. Thing, das ist nicht das, was ich brauche. Bist du ein Amateur? Hier sind wir wieder. Ich spiele nicht. Hol den Knochen. Ich brauche die Schlüssel. Okay, ich habe es. Das macht keinen Spaß. Tatatat. Alarm. Für den Versuch zu fliehen, wirst du für immer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Thing. Woher wachsen deine Hände? Ups, Entschuldigung. Hey, Blackpink. Willst du den Knast verlassen? Ich will aus dem Knast raus. Lass sie nicht raus. Ich halte dich zurück. Ich werde... Hör auf damit. Hol dich etwas aus. Oh, ich kriege dich. Ich lasse es hier. Und versuche gar nicht erst zu fliehen. Komm schon, Thing. Das ist unsere Chance. Thing ist gebunden. Du bist nichts im Vergleich zu Mami. Zieh zu und lerne. Geh zu Mami. Voila. Ich bin einen Schritt von der Freiheit entfernt. Endlich. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr raus. Lass uns gehen, Thing. Wo wollt ihr denn hin? Ich glaube nicht, dass wir zusammen gehen können, Leute. Hey, komm zurück. Hat sie das für mich da gelassen? Das ist aber schön. Oh, und ein Schlagstock. Machst du ihn auf oder nicht? Das Mittagessen ist der beste Teil des Jobs. Ah, lass die Waffen fallen. Drohst du mir mit einer Banane? Lass mich mal versuchen. Und jetzt ist es Zeit, hinter das Gitter zu gehen. Hat sie das Buch bei AliExpress bestellt? Das verstehe ich nicht. Welche Sprache ist das? Vielleicht halte ich es falsch. Oh du, übersetze. Hm, interessant. Ein Wörterbuch ist das, was ich jetzt brauche. Schauen wir mal. Oh nein, das ist ja auf Französisch. Okay, ich habe genug. Hey, Wednesday. Willst du mir mit dem Buch helfen? Oh, natürlich. Ich will nicht. Das hättest du wohl gerne. Ach, wirklich? Was hat sie denn vor? Vielleicht helfen dir Donuts beim Sprechen? Oh, ich hasse alle Süßigkeiten. Du gemeines Mädchen. Gut. Was ist das? Und was sagst du dazu? Sind Haferflocken eine gute Wahl für dich? Nimm sie. Das ist sogar für mich eklig. Guten Appetit. Warte. Willst du es essen? Ich habe mich geirrt. Es schmeckt wie Sumpfschlamm. Danke. Ich verstehe das nicht. Ist das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Es macht nichts. Jetzt übersetze das Buch für mich. Danke. Ich bin satt. Oh, du Kleiner. Was ist los, Mami? Sind deine Arme zu kurz? Was wirst du noch bereuen? Hm, das muss ich mal ausprobieren, wenn ich rauskomme. Ich habe schon alles gelesen, was hier drin steht. Oh, sieht aus, als hätte ich ein Paket bekommen. Wer es wohl geschickt hat? Meine Familie vergisst mich nie. Ich bin sicher, dass sie mir etwas Nützliches geschickt haben. Was könnte das sein? Hör auf zu raten, Wednesday. Lass es uns aufknacken. Eine Torte? Das ist so originell. Niemand würde unter dem Schokoladenkuchen nach einer Pfeile suchen. Wo ist sie? Vielleicht ganz unten? Nicht einmal ein einziger Dietrich? Vielleicht sollte ich unter dem Deckel nachsehen. Alles Gute zum Geburtstag, Wednesday. Wie süß. Jetzt sind meine Hände schmutzig. Aber süß. Schon wieder ist ein Tag vorbei. Bist du fertig? Super. Jetzt werden wir unsere eigene Gang haben. Wir werden die coolsten Typen im Knast sein. Gib mir fünf, Anführer Wednesday. Hm, sieht cool aus. Was ist das für ein Geräusch? Ihr seid in das Gebiet des Skorts eingedrungen. Willst du Ärger bekommen? Was? Eine Taube? Die ist bestimmt nicht wegen der Brotkrümel hier. Ich wusste es. Es ist eine Brieftaube. Ruhe dich aus. Lesen wir es. Wir werden dich retten. Darauf habe ich gewartet. Ich muss antworten. Beeil dich. Super. Ich kann es abschicken. Es gibt einen Job für dich. Brava, Junge. Flieg zur Adams Family. Aua, das tat weh. Tut mir leid, Baby. Versuchen wir es nochmal. Oh Mann, das ist nicht meins. Okay, ich habe eine andere Idee. Wo habe ich es versteckt? Na toll. Ich muss es nur noch unterschreiben. Für die Adams Family. Ich kann die Freiheit fast riechen. Hast du etwas für mich? Bitte beeil dich. Okay, okay. Ich brauche keine Probleme mit Skulls. Sag es nicht weiter. Ich kann dich überhaupt nicht hören. Was soll ich nur tun? Nimm den Hörer ab. Ich liebe Spaziergänge. Annette, ich kann dich nicht hören. Du bist immer am Telefon. Was? Ich kann dich nicht hören. Ich dachte, du wolltest mich sehen. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Ich habe es jetzt schon satt. Erklär mir, was da steht sofort. Nein, das werde ich nicht. Du willst dich wehren? Dann habe ich einen elektrischen Stuhl für dich. Damit kannst du mich nicht erschrecken. Ach, du hältst dich für so mutig? Lass uns nachsehen. Ich fühle mich wie in einem Schönheitssalon. Deshalb will ich auch weg. Lass mich gehen. Du hast Zeit, über dein Verhalten nachzudenken, Hexe. Es gibt keinen anderen Ausweg. Mal sehen, wie du jetzt tanzen wirst. Oh, ich möchte nicht an ihrer Stelle sein. Was ist denn da los? Hm, er ist eigentlich ganz nett auf seine Art. Danke, Thing. Willst du die Farbe? Ja, natürlich. Toll. Ich wollte mir auch die Nägel machen lassen. Ich frage mich, ob die einen Totenkopf haben. Was? Einen Totenkopf? Du kannst durch die Lüftung entkommen. Wirklich? Danke, Totenkopf. Ich werde es versuchen. Mal sehen, was wir hier haben. Hm, ich kann schon den Wind der Freiheit spüren. Komm schon. Aufmachen. Puh. Mach einfach auf. Sieht aus, als ob es klemmt. Ist ja gut. Thing, hilf mir. Ziehst du jetzt, oder was? Es ist zu eng. Ich weiß, was zu tun ist. Das hoffe ich wirklich. Wahnsinn. Und das kann helfen. Komm schon, Wednesday. Du bist dran. Danke. Jetzt machen wir es schneller. Thing, willst du mich verarschen? Hm. Ich habe einen Ersatzplan. Versuch's. Du bist sehr schnell, um deine Fehler zu beheben. Los geht's. Okay. Deine Zeit ist gekommen. Wow. Wie kann ich den Strom abstellen? Nun, das war's. Der Weg in die Freiheit ist offen. Auf Wiedersehen, Knast. Was war das? Der Schädel hat mich reingelegt. Ich werde eine Weile bleiben müssen. Schon gut, ich werde diesen Kolb knacken. Süßigkeiten helfen mir beim Denken. Ich glaube, ich brauche mehr Donuts. Find keine mehr da? Das ist gleich zu reparieren. Geh zur Mami, Schatz. 46, 47. Nicht so schnell, Wednesday. Es ist so lecker. Ich kann nicht aufhören. Was ist? Zeit, mehr zu holen. Ich werde Green nicht mehr bitten, auf Patrouille zu gehen. Was ist das? Willst du einen Snack? Du weißt schon, das macht mir nichts aus. Yum, yum, yum. Ah. Was ist los? Das tut weh. Kein Schmerz. Kein Gewinn. Oh, wie gut ich bin. Wie lange muss ich hier noch sitzen? Ich muss mir die Beine vertreten. Ich werde hier sitzen, bis ich alt bin. Nein. Ich muss raus, sofort. Es ist Zeit für mich, mich um alles zu kümmern. Haarneide, du hast mich noch nie enttäuscht. Nimm es, Thing. Du hast goldene Finger. Ich komme. Niemand folgt. Alles klar. Okay, Schloss, aufmachen. Gut gemacht. Oh. Und wohin gehen wir? Ich dachte nur, ich sollte etwas Luft in die Zelle lassen. Ich habe alles versucht. Nichts funktioniert. Ich werde dich, Daddy Longlegs, nie wiedersehen. Schatz, ich vermisse dich so sehr. Es war so schön zusammen. Oh, das ist wirklich traurig. Was soll ich nur ohne dich machen? Das ist so tragisch. Wednesday? Was machst du denn da? Mentosium Faridi. Mächte der Finsternis holt Daddy zurück aus der Anderswelt. Bumm. Warte. Was? Mein lieber Daddy. Wir werden wieder zusammen sein. Oh, Wednesday. Komm zu mir. Du bist die Beste. Hey, willst du mich vielleicht rauslassen? Okay, sie ist weggelaufen. Mach dir keine Sorgen. Thing, du bist einfach der Beste. Ich weiß, Geliebte. Ist das Freiheit? Oh nein. Die Polizei wird gleich hier sein. Es scheint, als wäre ich entkommen. Ich brauche eine Verkleidung. Oh, ich habe so ein Glück. Jump Trick. Das war's. Falls jemand fragt. Ich bin nur herumgelaufen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Du bist es. Du bist Wednesday, stimmt's? Ja, äh, ja. Ich habe immer davon geträumt, so zu sein wie du. Ich habe sogar einen Plan. Was denkst du denn? Wenn du alles machst, was du hier hast, wirst du wie ich werden. Wie bringe ich es an? Natürlich mit Nägeln und Hammer. Das ist die zuverlässigste Art, es zu machen. Aua. Das tut weh. Ein blöder Hammer. Hm, was? Hilfst du mir? Okay. Halt ihn fest und beweg dich nicht. Ah. Ah. Ich denke, es ist perfekt. Danke für die Hilfe und nochmals Entschuldigung. Ganz TikTok macht den Wednesday-Tanz. Wow. Was? Kämpfen ohne Regeln. Grausam und erwarmungslos. Komm schon, Thing. Komm schon, du kannst. Drück. Mehr. Ich bin so besorgt. Hey, was glaubst du, wer gewinnen wird? Mamas Hand oder Thing? Komm schon, Thing. Ja, genau so. Gut gemacht. Ja, das hast du toll gemacht. Oh, ich brauche wirklich ein Wednesday-Makeover. Das stimmt, die Haare. Ich werde mir eine Perücke besorgen, wie der coole Jeff. Diese hier, ja. Oh, das ging aber schnell. Mal sehen. Was? Wo ist die Perücke? Oh, nein. Ist das ein Kopf? Alles in Ordnung? Puh, alles in Ordnung. Oh ja, erstaunlich. Hey, Daddy, Daddy. Steh auf. Hm, warum tut mein Kopf so weh? Wem sehe ich jetzt ähnlich? Ich weiß nicht. Oma? Du bist eine Oma und ich bin eine coole Wednesday. Ja, meine Garderobe reicht nicht aus. Ich habe nichts. Und was soll ich jetzt machen? Vielleicht sollte ich meine Kleider schwarz färben. Ich kann es versuchen. Das Kleid hat mir sowieso nicht gefallen. Ich habe ein Kleid, jetzt brauche ich einen Drucker. Ach, den haben wir für die Aufsätze gekauft. Jetzt ist er endlich mal nützlich. Wow, hoffentlich ist genug Tinte da. Das dauert so lange. Oh ja, das Töpfenkleid ist immer noch so cool. Und jetzt das. Hey, ist das kaputt? Oh, thank you, bist es. Baby, komm raus. Wie bist du hier reingekommen? Bist du okay? Puh, alles in Ordnung. Das ist mein erstes Make-up, kaum zu glauben, oder? Oh nein, der Spiegel ist kaputt. Jetzt habe ich sieben Jahre Pech. Sieben weitere? Ich bin schon unglücklich. Ich habe diesen Spiegel so sehr geliebt. Wir haben uns über die Jahre so aneinander gewöhnt. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Oh ja, ich brauche einen neuen Spiegel, um meine seelische Wunde zu heilen. Ja, cool. Also, wo waren wir? Ich habe schwarzes Haar, cool. Ich habe auch dunkle Kleidung. Blasse Haut. Nein, ich esse zu viele Vitamine. Aber das ist leicht zu beheben, okay? Hier ist es. Oh ja, die Sims. Ich setze mich ins Spiel. Ich kann den Charakter hier leicht bearbeiten. Das ist cool. Ich habe es geschafft. Schön. Ich werde die coolste Wednesday in der ganzen Schule sein. Das ist zu schwer. Aber hier, nimm das. Oh, wirklich? Oh, halle Spinne, wie geht's? Willst du spielen? Okay, jetzt bist du dran. Aha, und mein Zeug? Das kannst du ziemlich gut, Mr. Six-Lex. Aber was sagst du jetzt? Nimm das. Ich habe gewonnen und du bist ein Verlierer. Oh, hör auf auszuflippen. Du hast verloren. Na und? Lass mich los. Hör auf. Es ist nur ein Spiel. Wie dieses Video, um mich zu befreien. Bitte, er macht mir Angst. Oh nein, nein. Aha. Ich bin frei. Danke, Leute. Ich liebe euch. Hi, du siehst toll aus. Du bist so nett. Danke. Du verdienst es, geliebt zu werden. Oh, Thing, ich liebe dich. Was ist denn hier los? Ich habe etwas Besonderes für dich vorbereitet. Willst du mich heiraten? Oh, natürlich, Thing, ja. Oh mein Gott, das ist so süß. Ich muss gleich weinen. Ich möchte, dass du diesen Ring als Symbol für unsere ewige Liebe trägst. Ich bin so glücklich, Thing. Ich liebe dich. Oh, Hunt, herzlichen Glückwunsch. Wir sollten alle von deiner Verlobung erzählen. Warte, ich bin Wednesday. Keine Gefühle. Ich sollte nicht reagieren. Das sollte ich nicht. Das ist überhaupt nicht süß. Oh, das ist so süß. Ich kann nicht. Das ist wirklich süß. Äh, was? Papa? Schon wieder? Er kann mich nicht hören. Das ist so zum Kotzen. Ich wollte es nicht sehen. Halt bitte meine Perücke. Ich gehe duschen. Oh ja, Zeit für einen kleinen Streich. Hey, was machst du da, Maya? Maya? Ah. Papa? Papa, bist du okay? Was? Wo bin ich? Ich wurde wieder von Aliens entführt. Steh auf, was machst du da? Oh nein. Oh nein. Mensch, er ist so sensibel. Nein, du bist dumm. Ich hätte die Kommentare nicht lesen sollen. Hey. Thing, was machst du da? Gib mir das Telefon. Hey. Okay, man sagt, die richtige Planung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich werde einen Umgestaltungsplan machen. Ich werde mich an den Plan halten und als Wednesday bald die Nummer 1 werden. Mein Streberansatz wird mir in die Hände spielen. Was ist das für ein Button? Oh, mein Instagram-Feed. Cool. Ich liebe Daddy, er kümmert sich so sehr um mich. Äh, schon wieder ein Croissant? Ich will ihn nicht. Er kann sein Croissant essen. Und ich werde als Wednesday ein kühles Mittagessen haben. Ich hoffe, jeder fühlt sich in der Cafeteria unheimlich. Das Hirn ist toll. Innen bin ich immer noch eine Streberin. Oh, hallo. Ja, ich mache bei der Sozialumfrage mit. Es ist Zeit zu essen. Was? Ein Croissant? Warum ist es hier? Oh nein. Daddy wird beim Mittagessen eine Überraschung haben. Oh, das Cello ist schön. Ich muss lernen, wie man spielt. Oh, es ist nicht gestimmt. Was? Ich verstehe das nicht. Was willst du damit sagen? Was ist das für ein Ding? Vielleicht eine Art Waffe? Schützen Sie sich, Sir. Ich werde dir ins Herz stechen und dein Blut trinken. Wir sehen uns im Jenseits. Gefällt es dir, wie sich Carolyn von einer Streberin in Mami Long Legs verwandelt hat? Warst du schon mal auf einer coolen Party? Antworte unten in den Kommentaren und erzähl uns davon.